Guten Tag, ich möchte Ihnen heute kurz die Anfahrt zum Flughafen Memmingen-Allgäu Airport anhand einer Karte näher erläutern. Dieser Service wird bereitgestellt von www.abflug-fmm.de Sie sehen hier die Karte, die A96 kommt aus Richtung Lindau in Fahrt Richtung München. Hier die A7 kommt aus Ulm in Fahrt Richtung Kempten. Rechts davon die Stadt Memmingen, östlich davon der Allgäu Airport in der Gemeinde Memmingerberg. Nutzen Sie zur Anfahrt die A96, Ausfahrt Memmingen-Ost. So ist der Flughafen auch von der Autobahn ausgeschildert. Fahren Sie anschließend Stadtmitte, die Münchner Straße, am Kreisverkehr links den Bayernring und an der ersten Ampel wieder links die Augsburger Straße. In Memmingerberg, geradeaus durch der Straße immer folgen. Der Flughafen ist ausgeschildert. Dann kommen Sie in den Schleifweg. In diesem Bereich ist ein langer Zaun. Folgen Sie einfach dieser Straße, bis rechts die Einfahrt zum Flughafen kommt. Dies können Sie nicht übersehen. Hier ist die Einfahrt. Folgen Sie nun der Ausschüttung der Parkplätze P3, P4 oder der große Parkplatz P2. Wenn Sie dem Straßenverlauf weiter folgen, kommen Sie Richtung Terminal und Parkplatz P1, P1a. Hier befindet sich das Terminal und die Start- und Landebahn. Auskunft zu dem Parkplatz in Gelten, kommen Sie telefonisch unter 083319842000. Allgäu Airport GmbH Infoschalter oder bei uns auf der Seite unter www.abflug-fmm.de Wenn Sie den Flughafen ins Navigationssystem eingeben wollen, verwenden Sie bitte Schleifweg in 87766 Memmingerberg. Herzlichen Dank und guten Flug!